und damit herzlich willkommen zurück in einem neuen let's play league of legends und da sind wir auch gleich reingeportet worden ich beginne heute mit dem singet und zwar wollte ich eigentlich gerade wie heißt sie denn die frau mit dem alles klar oh mein gott er das spiel verblödet ich ich wollte mit arkady anfangen aber wir brauchen ja einen tank und deswegen gehe ich mit singet jetzt auf die top ich weiß nicht ob ich mit singet irgendwas falsch gemacht habe ach zwei puls s-reis waren das gerade habe ich gar nicht geschaut wieso gar nicht wenn ich als gegnerteam habe die haben gar keine s-reihe ja momentan so neue champions draußen audio blitzkrieg ist auch draußen momentan da ich werde ich mal blitzkrieg testen wollte ich sowieso mal fest und ja jetzt gehen wir mal mit singet rein und ja sind auch so champs wie genau artrocks ist momentan verfügbar dieses momentan verfügbar das war das die ich gesehen habe also sind ziemlich viele neue glaube ich die beiden der lise sie haben wahrscheinlich neu sein artrocks wird neu sein blitzkrieg wird neu sein im gegner team werden ziemlich für eine neue sein und ich kann mit ja war klar dass der hier ist mission es ist bald soweit juhu sondern versuchen alles zu vergiften ich habe einen bekommen mit dem gift gerade immer schön alles vergiften immer schön alles vergiften so da habe ich sie getroffen allerdings habe ich gerade kein mana für schleudern kostet 100 mana alles klar ich kriege aber ich kann fahren nun habe ich eine recht gute mannere generation durch meine ruhe erscheint auch nicht besonders gut zu sein wo habe ich das bekommen oder habe ich verfehlt so schon unterwegs habe ich wieder vergiftet alles klar ich muss halt aufpassen dass man mal nicht so schnell alle geht weil ich habe wirklich nicht viel am anfang ja schon klar da haben sie alles drauf kommen was sie hatten was im endeffekt ist nichts bringt weil ich mich gleich wieder hoch heiler so der arthrox lebt noch der stirbt jetzt so es ist bald soweit so sehr nice ich habe mal die viecher hier noch kaputt schütteln oder nicht schütteln aber das mit dem singe das gestaltet sich wirklich schwer mit einem farm am anfang vor allen dingen glaube ich ja schon klar ist das alles gar nicht so leicht adrox hat wieviel farmen 14 ah nice schon unterwegs wo ist er denn hin gar nicht hier schade schade schütteln oder nicht schütteln ok da muss ich zurückgehen der arthrox ist wieder da dann werde ich das mal ganz kurz zurückgehen mit den tausend die ich habe ich möchte sich riskieren dass ich sterbe mit singelt das ist nämlich nur meine typische vorgegengesweise bei singelt gewesen sterben ohne ende und wichtig ist bei singelt die core items glaube erstmals am anfang nicht dass ich mehr mana bekomme ich gar keinen mana ach ich dachte ich habe das habe ich also siehst du 2 2 leben und mana das war meine gute kombination und da ich eh sein an dem feind muss kann ich das entzünden gleich noch machen mit jetzt hat der arthrox natürlich mehr farmer als ich aber ich sollte oben sein bevor er an meinem turm reingelangt ja sollte ich es schaffen hallo ladies na ihr süßen wer will boah habe ich einen farm bekommen schwenken mischen hallo hierzu mischen mischen schwenken mischen so bisschen farm wieder gemacht aber auch nicht sonderlich viel hier es ist bald soweit es ist bald soweit mischen vier erwischt einen gerieb habe ich erwischt schon unterwegs so bis aufpassen dass der mich hier nicht killt dabei jaja schon klar so jetzt hat er irgendeine ulti schütteln schütteln oder nicht schütteln jaja das hat er nicht fand er nicht cool jetzt es ist bald soweit es ist bald soweit es ist bald soweit hier kommt schütteln und da habe ich nichts mehr verbündeter wurde getötet schon unterwegs ich glaube ich hier am besten einfach nochmal weg obwohl es glaube ich nicht so gut das könnte wehtun ich glaube ich gebe mir meinen Mist mischen mischen schwenken jaja kommt alle her so jetzt haben wir hier noch schütteln oder nicht schütteln so den haben wir bekommen sehr nice man muss halt auch mal singen jetzt aufpassen dass man die last kids bekommt schütteln oder nicht schütteln da wurde getötet naja momentan wieder ganz ordentlich leben naja gut jetzt auch das Problem bei dem ist halt dass der mischen mischen schwenken mischen das töt oh mein gott Problem bei dem Typen ist halt dass der ähm aua schnell auch mal es ist weiter hat er eine komische ulti da am ende für seine passiv dass er dann mit weniger leben wieder aufsteht ich hab ihm mal ein busch versteckt vielleicht bringt das was ja ja schon klar er kann auch seinen sprung auf mich nicht anwenden weil wenn er das macht dann haue ich ihn gleich nach hinten wieder ja ja schon klar schütteln oder nicht schütteln war nicht so gut was ihr gerade gemacht habt schon unterwegs so nochmal bekommen dann hier den naja schade der adrox spielt ziemlich defensiv weil ich ihn halt nichts anhaben kann momentan wird singelt aber das kann sich alles noch ändern unterwegs aber ich darf halt mehr farmer als ich 41 adrox 43 ok das geht eigentlich ja ja schon klar schon unterwegs muss aufpassen dass mir halt dass ich mana aufhebe falls elise wieder hochkommt und dass ich hier schön den fluss ausbord aber das ist jetzt nimmt dann sogar zu wegrennen schon mischen mischen schwenken mischen stirb so komm her das könnte wehtun so da habe ich den ähm links mal benutzt um ihn schütteln oder nicht schütteln schade ich habe eine idee ich habe eine idee ich habe eine idee ich habe eine idee es ist bald soweit ach misst er das ja der ulti ne schütteln oder nicht schütteln schade schade das wäre ich geil gekommen wenn ich den jetzt noch gekillt hätte da sind meine schuhe glaube ich zu langsam für sowas ist als kann ich mit dem stadt des zeiter das kaufen auch wenn ich einmal gestorben bin aber ich habe auch schon kill gelandet und ach die lese ist schon im blutrausch elise drei kills oh mist ähm ja jetzt habe ich das heute ne trank bringt nichts mehr weil der single da hat auch schon zu viel äh zu viel hit points dafür unsere lese ist da ein bisschen schlechter äh ja der eikel ich frage mich warum sie den guter nicht einspinnt ja ja schon klar egal ich jetzt farm äh ich habe 52 atrox hat 44 sieht gut aus sieht recht gut aus ein gegner wird zum berserker es ist bald soweit es ist bald soweit es ist bald soweit der gegner hat das denn nicht mal farm schon unterwegs für das atrox wieder mit einem es ist es ist bald soweit lol miss almost da habe ich wieder vergiftet schon unterwegs so folgt mir folgt mir in den tod meine kleinen folgt mir in den tod schon unterwegs ich habe doch ganz gut mit singen momentan jetzt mein gift ist halt auch stärker geworden mittlerweile es ist bald soweit vielleicht gehe ich mal hier runter und helfe hier mal ja ja schon klar schütteln oder nicht schütteln da ist die elise schade ich darf sie spinnen 3 so ja schon klar ein verbündeter wurde getötet ist der atrox da oben schütteln oder nicht schütteln die wäre eine schule in den turm zu machen und da bin ich wieder guys hello guys ja ja schon klar kommt ruhig alle her ein verbündeter wurde getötet er hat immer noch angst mir anzugreifen das ist voll achi ich dachte mittlerweile so ein bisschen okay gut das war jetzt auch nicht so tolle da dachte ich nicht kein mehr atrox 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 geht auf angriffsstärke das heißt magie resistenz magie resistenz die geht halt voll auf magie resistenz ist der typ hier ah hier ein gegner wurde getötet schon unterwegs kettenwestern das gegnerische team geht eigentlich nur auf eingriff außer äh der blitzcrank und die katharina geht auf den hex warum auch immer es ist bald soweit so habe ich 2,3 und habe sogar noch rüstungen dazu als er langsam sollte die mich nicht mehr so schnell down kriegen ich bin jetzt einmal gestorben ist ein bisschen unvorsichtig gewesen ja ja schon klar versuche ich mal den turm da und zu hauen schütteln oder nicht schütteln kein bock mehr schütteln oder nicht schütteln schütteln schon unterwegs so das gibt sollten wir eigentlich auch nicht abgezogen haben mischen mischen schwenken liebst weil ich bin ich stufe 12 und stufe 11